Heute geht es um Dark Mode. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video. Heute geht es um Dark Mode bzw. um CSS und JavaScript, um damit einen Dark Mode zu bauen. Das Ganze ist nicht wirklich schwer, dauert auch nicht so lange und ist wirklich sehr praktisch. Wir werden das heute machen. Wenn ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt unten in der Videobeschreibung, ganz oben findet ihr einen Link zu Discord. Dort könnt ihr der Community joinen, Hallo sagen, andere Fragen beantworten, selbst Fragen stellen oder einfach mal Hallo sagen. Grundsätzlich legen wir jetzt los. Viel Spaß und auf geht's! So und los geht's mit dem heutigen Tutorial. Heute bauen wir einen Dark und Light Mode Switcher. Das Ganze ist ziemlich cool und zwar auch, weil es nicht nur manuell durch den User getriggert werden kann, sondern halt auch durch das System. Was heißt, wenn ich beispielsweise das neue Mac OS oder Windows habe, dann kann ich es ja auch im System festlegen, dass ich gerne Dark Mode hätte und das Ganze kann unser System auslesen. Das ist ziemlich cool. Aber grundsätzlich, was haben wir hier? Wir haben ein Index HTML, eine MainSaaS und eine Function.S. Das Ganze ist in meiner Standard-Entwicklungsumgebung dieses und in der Videobeschreibung verlinkt, falls jemand dazu mehr wissen möchte. Das schließe ich jetzt. Brauchen wir nicht weiter. In unserer Index HTML ist eigentlich das einzig Entscheidende hier, dass wir einen Button haben mit einer ID namens Switch. Der ganze Rest ist quasi nur Filler-Text. Hier unten ist unsere JavaScript-Datei verlinkt. Hier oben unsere CSS-Datei und eine Schrift. Was heißt, alles, was hier drin steht, auch dieser Wrapper und sowas, haben nichts mit dem Tutorial zu tun. Die dienen einfach nur dazu, irgendwelche Elemente da zu sein, die wir später gestalten können. Was heißt, das Ganze kann ich so abspeichern und einfach hier schließen. Unsere Function.js ist aktuell noch leer. Hier kommt später eine ganze Menge. Und in unsere MainSaaS kommt jetzt eine ganze Menge. Und zwar habe ich hier schon unseren Body- und HTML-Bereich vorbereitet. Und das, was jetzt hinzukommt, sind sogenannte CSS-Custom-Properties. Das Ganze kopiere ich mir jetzt einfach mal frecherweise hier rein. Und zwar sage ich jetzt einfach, zack, das sind unsere CSS-Custom-Properties. Und ihr fragt euch jetzt, irgendwie sieht das hier doch eigenartig aus. Ich habe hier so etwas wie Variablen definiert, allerdings nicht in Sass. Was heißt, hier oben haben wir unsere Sass-Variablen. Die kennt der ein oder andere, der sie nutzt ja schon eine ganze Weile. Damit kann man irgendwas einfach als Variablen speichern. CSS-Custom-Properties sind quasi so etwas wie Variablen. Nur, dass die CSS nativ unterstützt. Was heißt, ich brauche keinen Compiler oder so etwas in der Richtung. Allerdings werden sie halt auch nicht in allen Browsern unterstützt. Was bedeutet das für uns? Wir können jetzt beispielsweise unseren Body-Tag hier oben einfach, zack, Background-Color-Variable und dann Second-Color, also diese Farbe, in dem in unserem Fall weiß geben. So funktioniert das. So können wir unser Design erstellen. Und mehr gibt es hierzu auch nicht zu wissen zu diesen Custom-Properties. Was heißt, ich kann einfach eine Variable erstellen und diese an irgendwelche Elemente weitergeben. Das Ganze funktioniert natürlich auch wie sowas mit Center oder so etwas in der Richtung. Für unser weiteres Tutorial kopiere ich mit den restlichen CSS-Code jetzt einfach mal hier rein, weil das ist relativ 0815-Code. Wir haben einen Wrapper, wie schon zu Anfang gesagt, der hat halt ein Flex-Layout, das alles nach oben rutscht und schön ausgerichtet ist. Der hat eine Höhe, der hat eine Weite, der hat einen Abstand. Die Überschriften haben natürlich Schriftattribute wie Schriftgröße, Schriftweite, natürlich eine Farbe, die abhängig von dieser Variablen ist. Das heißt, diese Variablen, die wir hier haben, wurden definiert und hier unten unser Button genauso. Das heißt, wir haben einfach abhängig von unseren Variablen alles definiert für ein Design. Was heißt, es lohnt sich immer bei so etwas anzufangen. Ihr definiert das gesamte Design, zum Beispiel für Light und geht dann später hin und tauscht die Farben für Dark so aus, dass sie passen. Was heißt, wenn ihr hier beispielsweise jetzt den Light-Mode habt, habt ihr einfach oder edit ihr der Klasse Body die Klasse Light und in dem Fall ändern sich alle Attribute. In unserem Fall, wenn ich jetzt das Ganze mal hier öffne, haben wir hier unser Index-HTML und unser Body hat standardmäßig gar nichts. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier aktualisiere, wird das hier zwar alles eingefügt, allerdings das hier ist schwarz, das hier ist auch alles schwarz. Unser Button hat keine Hintergrundfarbe und auch keine Border, obwohl hier unten eine Border vergeben ist. Das heißt, wir müssen unserem Body in irgendeiner Form eine Klasse geben. Wenn ich jetzt hingehe und sage beispielsweise, wir sagen jetzt hier Class Light, dann speichere ich das Ganze ab und das Ganze CSS Applied. Was heißt, so sollte es später aussehen, so können wir später unsere Klassen tauschen. Das heißt, wir beenden im Prinzip unser gesamtes Template an die Klassen, die wir hier definieren und die jeweiligen Color-Themes. Genug hierzu, das war alles, was wir in CSS wissen müssen und das Ganze schließen wir jetzt. Auch unser Index-HTML müssen wir nicht weiter wissen. Das Einzige, was ihr euch hier merken müsst, ist, dass wir einen Button mit der Klasse Switch haben. Und das Ganze speichern wir jetzt ebenfalls und das hier können wir schließen, weil das Ganze Interessante geht eigentlich in JavaScript ab. Prinzipiell brauchen wir in JavaScript nicht mal viel. Wir brauchen eine Variable. Diese Variable nennen wir Dark Mode und die setzen wir standardmäßig auf False. Dann brauchen wir einen Button. Diesen Button ziehe ich mir jetzt einfach aus dem Document mit GetElementById. Und wie wir wissen, haben wir einen, der heißt Switch. Was heißt, wir haben jetzt eine boolische Variable, nämlich Dark Mode. Diese ist False und wir haben einen Button. Was sagt uns das jetzt? Das Schöne ist, diese ganze Geschichte mit diesem ganzen Dark Mode, Light Mode und so weiter wird, wie gesagt, von Systemen unterstützt. Wenn ich beispielsweise in Windows bin, sehe ich hier in meinen Einstellungen, unter Einstellungen und dann Farben, sehe ich hier Farbe auswählen, dunkel oder hell. Okay, das heißt, ich kann das hier benutzerdefiniert einstellen, so wie ich möchte. Und das Schöne ist, dass wir das auslesen können. Aber wie können wir das auslesen? Mit einem ziemlich einfachen Befehl, nämlich Match Media. Diesen kennt der ein oder andere aus einem Video, das ich vor einigen Monaten mal gemacht habe zu coolen JavaScript-Funktionen. Und zwar sagen wir jetzt einfach if Window Match Media. Und jetzt können wir nämlich Media Queries verwenden. In unserem Fall sagen wir PrefersColor Scheme und sagen wir Dark. Diese Abfrage, diese Media Query, was heißt, ihr könnt das theoretisch auch einfach so in CSS verwenden und es beim Initial Load der Seite definieren, würde ich nicht empfehlen. Ich würde es immer als User Customizable machen, weil das hat einfach ein paar Vorteile wie Usability, dass man selbst entscheiden kann, ob man es gut lesen kann oder schlecht lesen kann oder welche Präferenz man hat. Deswegen würde ich das immer über JavaScript reden, Regeln und nicht direkt im Color Theme in CSS definieren. Aber wir sagen jetzt hier einfach Matches und diese Funktion gibt uns einfach ein True bzw. ein False Wert zurück. Und wenn wir das Ganze gemacht haben, können wir hingehen und sagen, wir wollen jetzt unseren Dark Mode, den wir oben definiert haben, auf True setzen. Und wenn das nicht zutrifft, also der User das nicht gesetzt hat, sondern es gibt kein Preferred Colors Scheme oder er ist Light, dann soll der Dark Mode einfach weiterhin auf False bleiben. Was bringt uns das jetzt? Wir lesen das einfach mal aus über Console Log und sagen hier Dark Mode und speichern das Ganze mal ab. Und ich öffne mal hier unsere Konsole. Diese öffne ich mal eben in einem extra Fenster, damit man das ein bisschen besser lesen kann. Und in unserem Fall hat, seht ihr hier oben, ich suche mal ein bisschen ran, seht ihr hier oben True. Was heißt, wenn ich lade, ist das True. Wenn ich jetzt unsere Einstellungen in Windows öffne und sage, ich stelle das hier mal auf Hell, haben wir hier False. Was heißt, das Ganze funktioniert wunderbar. Ich habe jetzt hier, ich mache das mal hier oben hin, dass man das besser sieht. Und ich habe hier unsere Einstellungen. Was heißt, wenn ich das jetzt zu dunkel ändere und das Ganze aktualisiere, ist das True. Wenn ich es zu hell ändere und das Ganze aktualisiere, ist es False. Was heißt, es funktioniert wunderbar, dass das System erkannt wird. Das funktioniert auch genauso gut bei Mac. Und das Ganze können wir jetzt einfach nutzen für unsere Funktionalität, die wir jetzt hinzufügen wollen. Und zwar wollen wir als erstes eine Funktion erstellen. Diese Funktion heißt einfach Switch Mode und kann eigentlich nicht wirklich viel. Und sie definiert uns eigentlich nur Dark Mode gleich Ungleich Dark Mode. Und das Nächste, was sie macht, sie ruft unsere zweite Funktion auf. Und zwar SetClassToBody. Und diese müssen wir natürlich jetzt auch erst mal erstellen. SetClassToBody ist eine Funktion. Diese Funktion hat keine Parameter. Und das ist alles, was wir hier machen. Was machen wir als erstes? Wir haben hier unsere Funktion. Die tauscht einfach nur, wenn Dark Mode True ist, setzen wir es auf False. Und wenn es False ist, setzen wir es auf True. Das heißt, wir ändern einfach nur unsere boolische Variable. Und diese Funktion hier, SetClassToBody, soll genau das tun, was drinsteht. Und zwar soll unserem Body eine Klasse geben. Und zwar if Dark Mode, also wenn Dark Mode True ist, soll eine Klasse gegeben werden. Und wenn Dark Mode False ist, soll ebenfalls eine Klasse gegeben werden. Und zwar sagen wir jetzt hier Document, wobei das können wir besser machen. Wir sagen hier oben Body gleich Document.get, machen wir immer das mit dem Query, Query Selector. Und hier sagen wir einfach Body, was heißt, suche uns den Body. Und den können wir jetzt ansprechen. Und zwar sagen wir jetzt hier Body.classList, was heißt, liste uns alle Klassen auf. Und wir sagen Remove. Und wir sagen jetzt hier, wenn unser Dark Mode True ist, soll er die Klasse Light vom Body entfernen. Und gleichzeitig soll er die Klasse Add die Klasse Dark. Das heißt, das Ganze können wir uns jetzt kopieren, hier unten einfügen. Und hier das Ganze einfach nur vertauschen. Was heißt, wenn Dark Mode False ist, soll er die Klasse Light hinzufügen und die Klasse Dark Removen. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, passiert allerdings noch nichts. Weil wir noch keinen Trigger haben, der in irgendeiner Form unseren Button hier anspricht. Was heißt, das nächste, was wir brauchen, ist ein einfacher Trigger, eine Event-Funktion. Was heißt, wir sagen Button.addEvent. AddEventListener. Hier sagen wir einfach Click. In unserem Fall sagen wir, wir wollen Switch Mode aufrufen. Hier oben. Das Ganze können wir so stehen lassen. Ist jetzt ein Event-Trigger. Was heißt, wenn ich hier drauf drücke, seht ihr schon, es funktioniert. Was heißt, ich kann das hin und her setzen. Was wir jetzt allerdings machen sollten, ist gleichzeitig Set, also diese Funktion hier, Set Class to Body, standardmäßig beim ersten Durchlauf unseres Skriptes, also beim Initial Load der Seite aufrufen. Weil in dem Fall lädt das jetzt hier auch unser Skript richtig nach. Was heißt, wenn ich jetzt hingehe und das auf Light setzen würde, würde standardmäßig auch das Light Theme geladen werden. Weil jetzt hier standardmäßig in unserem Body hier oben die Klasse Dark bzw. Light vergeben wird, wenn wir die Seite laden. Und so habt ihr im Prinzip mit ein paar Zeilen JavaScript ziemlich leicht einen ziemlich performanten Light-Dark-Switch für eure App gebaut. Ob es wirklich sinnvoll ist, einen Dark-Mode zu haben, ist jedem selbst überlassen, würde ich sagen. Ich persönlich nutze eigentlich jedes System lieber, wenn ich einen Dark-Mode einstellen kann, wenn man nachts spät im Bett noch programmiert oder auch irgendetwas anderes macht. Deswegen, ich bin ein riesen Fan davon und werde auch in weiteren Projekten darauf definitiv nicht verzichten wollen. So, das war's wieder für diese Woche. Wer euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr Links zu Discord, Facebook, Twitter, Instagram. Sagt einfach Hallo. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr dort auch Amazon Affiliate Links oder Patron, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.